Jolan Chu und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und in dem Fall wird es mal wieder eine spannende Woche, denn wir haben ja heute Abend den neuen Erzählbogen und wie üblich möchte ich dann mal in so einem Zwischendurch-Video, das ja normalerweise nicht kommt mitten am Tag, dann einmal kurz über die Ankündigung gehen und die kleine Übersicht, was denn heute Abend alles so auf uns wartet. Bevor ich das aber tue, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, abonniere den Kanal doch bitte und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Und bei dem, was ich gleich alles vorstelle, da ist einiges dabei, was man hinterher nur oder zumindest für eine ganze Weile nur hat, wenn man es kauft. Das ist dann immer so der richtige Zeitpunkt, nochmal zu sagen, unter meinen anderen Videos, unter diesem hier wird es noch nicht klappen, wenn du es sofort schaust, nachdem es veröffentlicht wurde, weil ich leider gleich noch einen Termin habe, aber unter allen anderen Videos gibt es ja mal einen angepinnten Kommentar und da ist eine Möglichkeit drin, wie man meine Arbeit unterstützen kann. Für die bisherige Unterstützung bin ich übrigens sehr dankbar, aber falls du mal drüber nachgedacht hast, das auch zu tun, schau mal in so einen angepinnten Kommentar und da findest du einen Weg. Aber jetzt schau mal einmal ganz kurz über die Ankündigung. Die habe ich, wie gesagt, wieder nur auf Englisch. Die finde ich irgendwie nie auf Deutsch. Ich habe die immer nur auf Englisch, aber da gehen wir einmal kurz drüber. Natürlich kann jeder selbst lesen und dieses Zwischenvideo vor dem neuen Erzählbogen ist immer nur für die Leute eigentlich gedacht, die keine Lust haben, das alles selber zu lesen und es lieber einmal kurz hören. Und deshalb mache ich immer das Video. Natürlich kann das jeder selbst lesen. Ich kann euch nicht mehr erzählen, was die da geschrieben haben, weil ich eben nicht, wie manche immer wieder denken, mit Scopely zu tun habe, die antworten normalerweise noch nicht mal, außer dem Support, wie jedem anderen auch. Und daher kann ich hier keine Geheimnisse verraten. Aber ich kann mal eben kurz zusammenfassen, was uns heute abends so alles erwartet. Und da sind wir ja im Spiegeluniversum Teil 2 und da ist daher schon mal klar, worum es grundsätzlich geht. Wir werden insgesamt ein neues Gebäude kriegen. Ich hatte ja tatsächlich eher erwartet, dass jetzt mal wieder ein neues Schiff kommt, das dann möglicherweise schneller Trellium abbauen kann oder sowas. Das ist diesmal noch nicht der Fall, aber neues Gebäude. Und da wird man wahrscheinlich nach den Erklärungen, zu denen wir gleich kommen, dann doch etwas investieren müssen, wenn man schnell damit klarkommen will. Was ein bisschen überraschend kommt, es gibt ein paar neue Wellenverteidigungen ab heute Abend. Außerdem gibt es neue verbotene Technologie, neue Offiziere, neue Missionen, neue Überholungen, dann noch Avatare und sowas und natürlich einen neuen Kampfpass. Die fangen bei ihrer Übersicht damit an, dass die den Shop ein bisschen umgebaut haben. Da muss ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Das sieht nur jeder selbst. Die Übersichtlichkeit ist ein bisschen besser, finde ich, gerade was die täglichen Geschenke angeht. Deswegen bin ich da nicht böse, aber ist jetzt kein großes Thema. Was die noch mal verändern, was man allerdings wissen muss, ist bei der Spiegeluniversumsraffinerie Ändern die ein bisschen was in dieser Spiegel-Effizienz-Austausch-Geschichte. Da gibt es nämlich dann auch noch ab heute Abend ein Stellar, ein Mantis und ein Voyager-Teil. Und gerade im Stellar-Teil mit den unabhängigen Credits und der Mantis-Teil mit den Syndikatserfahrungspunkten finde ich das relativ gut. Ich werde mir das dann heute Abend mal anschauen. Alles, was ich jetzt kurz anreiße hier in dieser Übersicht. Das sind natürlich alles Sachen, die ich in den nächsten Tagen oder bei der Menge Wochen, ja nicht ganz, aber es wird schon einige Tage dauern, das alles durchzugehen. Aber ich werde zu den einzelnen Sachen ja wieder Videos machen, wie immer bei dem neuen Zeug. Also da gehe ich dann natürlich im Detail auf alles ein. Gerade die Wellenverteidigung werden interessant und auch die ganzen Änderungen in den Raffinerien, die neuen Offiziere etc. Gibt es alles noch Videos, wo ich das im Detail erkläre. Deshalb jetzt nur ein kleiner Abriss. Da sind wir nämlich dann schon bei dem neuen Gebäude, dem Distrikt 56. Es werden sich viele beschwert haben wegen dem Zeitlimit, das man hat, wenn man in den Spiegelraum fliegt. Und da haben die sich jetzt gedacht, da bringen die dann dieses neue Gebäude rein. Das funktioniert wie der ganze Spiegelkram erst für Spieler ab Level 40. Also Ops 40 ist Voraussetzung dafür. Und dann bekommt man ein paar Buffs. Das ist Apex Barrier im PVP, also im Kampfspieler gegen Spieler. Erhöhte Abmilderung und eine Reduzierung im kritischen Schaden des Feindes bei PVP. Was aber interessant ist, wenn man dieses Gebäude auf Level 40 hat und da muss man dann sicherlich Geld investieren, wenn man da früh hin möchte. Dann wird die Zeit nämlich, die man im Spiegeluniversum verbringen kann, um 50% erhöht. Also von 20 auf 30 Minuten. Und damit kann man dann eine halbe Stunde da drin bleiben. Aber erst, wenn das Gebäude auf Level 40 ist. Du bekommst Teile für das Gebäude im täglichen Umtausch, aber da wirst du sicherlich eine ganze Weile brauchen, wenn du nichts bezahlst, um auf Level 40 zu kommen. Und außerdem gibt es dann in der Raffinerie alle fünf Gebäudelevel nochmal zusätzliche Geschenke in der Raffinerie, nämlich flüssiges Trallium D, Premium-Risk-Schlüssel und Spiegeluniversum-Eintrittskarten, die man ja braucht, um da überhaupt einmal reinzufliegen. Und das Gebäudevideo wird sicherlich da sehr interessant werden. Ich habe es ja schon angekündigt. Außerdem gibt es neue Wellenverteidigungen. Es gibt einmal für Grad 4 Feinde und einmal für alle Grad 5+. Bei den Grad 4 Feinden sind dann terranische Imperiumsfeinde drin, Herogen, Spezies 8472 und Texas-Klasse-Feinde. Das heißt, du wirst definitiv starke Kampfschiffe brauchen gegen die terranischen Feinde, aber eben auch Voyagers und Monaveens, um gegen diese Feinde klarzukommen. Und bei den G5 gibt es dann außerdem terranischen Imperiumsfeinden gibt es dann sind die Aquarianer und stille Feinde. Da braucht man dann natürlich die Enterprise NX-01 und die Janeway-Crew, um gegen die stillen Feinde anzukommen. Außerdem gibt es dann noch Gorn. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie wir damit klarkommen. Die G4 ist ja das, was wir normalerweise machen, weil bei den normalen G5 Plus sind die Belohnungen jetzt nicht so viel höher, dass sich das lohnt, gegen die viel stärkeren Feinde anzutreten. Aber das wird nochmal interessant, dann sich die neuen Feinde in den neuen Wellenverteidigungen anzuschauen. Die funktionieren allerdings nicht, wie vorher mit den normalen Schiffren, die man braucht, um Wellenverteidigung zu machen. Da haben die eine neue Sektion 31 Spiegelschiffre jetzt eingeführt oder ab heute Abend. Und um diese neuen Wellenverteidigungen zu machen, brauchst du diese neuen Schiffren. Und die bekommst du alle drei Tage bekommst du genug, um eine dieser neuen Wellenverteidigungen zu machen. Die findest du dann im Sektion 31 Fraktionen-Shop. Und außerdem bekommt man dann über diese neuen Wellenverteidigungen flüssiges Trallium und Sektion 31 Spiegel-Credits, die man wiederum eintauschen kann im Sektion 31 Fraktionen-Shop. Wie viel du bekommst, hängt natürlich ab, wie viele Wellen schaffst du. Und diese neuen Credits kann man dann gegen neue Sachen eintauschen. Einmal gegen eine neue verbotene Technologie, dann gegen neue Feldreparatur-Teile. Da kommen wir später auch noch zu. Und genauso wie die Reparatur-Hardware. Dann gibt es Reputationen, Sigma-Zeug für 61+, Syndikats-Erfahrungspunkte und du kannst die neuen Credits auch gegen die alten Credits eintauschen, wenn du das willst. Wie gesagt, auf diesen ganzen einzelnen Kram gehen wir natürlich in den nächsten Tagen in Videos ein. Es gibt allerdings nicht nur die eine verbotene Technologie, die man über den Sektion 31 Shop dann bekommt, sondern zwei. Nämlich das Tantalus-Feld und die Agony Booth. Das ist die Schmerzkammer. Das ist der Nachteil, wenn man selbst die Serien nur auf Englisch guckt, dass man nicht mal weiß, wie die auf Deutsch heißen. Oder Agony-Kammer, das kann auch sein. Das Tantalus-Feld, das war ja das, womit der Spiegel-Kirk in der Originalserie seine Feinde immer weggehalten hat. Das ist eine PvP-verbotene Technologie und die gibt es eben nicht über den Sektion 31 Shop und da bin ich sicher, dass es die auch erstmal nur zu kaufen geben wird. Und die Agony-Kammer, die ist dann gegen normale Computerfeinde, aber auch mit einem Bonus für den FKR-Ruf. Die bekommt man über die Sektion 31. Dann finde ich aber auch ganz nett, gerade wegen der Rufgeschichte. Und dann gibt es vier neue Offiziere und das ist natürlich heftig, weil wenn die das machen wie in den letzten Monaten, bedeutet das, dass ich vielleicht das Glück habe, Spiegel-Kira, die der neue epische Offizier ist, über das samstägliche Materialausgeben-Event zu bekommen. Aber da gibt es noch drei seltene Offiziere, die ich wahrscheinlich erstmal nicht bekommen werde, weil ich es mir nicht leisten kann, die zu kaufen. Das wird vielen anderen genauso gehen. Das heißt, mit ein bisschen Glück kriegen wir einen von den vier Offizieren, wenn es denn so läuft wie die letzten Monate. Aber wir werden sehen, vielleicht macht Scoply es uns ja mal einfacher, aber das ist ja jetzt nicht ganz so oft der Fall. Auf jeden Fall wird es Spiegel-Kira geben und die ist eben auch ein PvP-Offizier. Und auch auf die Offiziere werde ich in den nächsten Tagen im Detail eingehen, deswegen überfliege ich das auch nur. Aber Kira ist der wichtigste dieser Offiziere, die jetzt neu kommen, was die PvP-Crew angeht. Wir werden es gleich auch später noch sehen. Scoply empfiehlt eben Spiegel-Picard, den es ja schon gibt, als Captain mit Spiegel-Data und dann Spiegel-Kira zu benutzen als PvP-Crew. Es gibt aber noch zwei weitere PvP-Offiziere, das sind Spiegel-Esri. Die Spiegel-Data war ja gut gegen Abfangjäger, Spiegel-Esri ist gut gegen Kampfschiffe als Captain und Spiegel-Troy ist gut gegen Forschungsschiffe als Captain. Das heißt, wenn du ganz genau weißt, gegen wen du antrittst, und das hatten wir ja bei bestimmten PvP-Events der letzten Zeit, dass du genau wusstest, gegen welche Schiffsklasse du ansetzt, kannst du natürlich deinen Captain hier sehr gezielt auswählen für diesen Zweck. Mit Data habe ich das gemacht, als wir, wir hatten ja die Discovery und Vida und sonst was Events für PvP vor kurzem, und als es gegen Abfangjäger ging, habe ich dann Data zum Captain gemacht und der war noch viel wirksamer als die normale Spiegel-Crew. Und wenn man jetzt Spiegel-Kira bekommt, kann man übrigens Ehrenwache-Warf dann wieder zurückpacken in die Freeman-Crew und hat dann noch eine Crew mehr. Wie das dann mit den anderen beiden wird, mit Esri und mit Troy, ob man mit denen noch eine weitere Spiegel-Crew zusammenbauen kann, das wird man dann sehen. Die beiden bringen aber Synergien für Picard und zwar ziemlich viel. Und das ist der Grund, warum die jetzt die Synergien auch geändert haben für Spiegel-Data, der ja schon im Spiel war. Der hat vorher nur 7500 gebracht, bei der großen Synergie bringt jetzt genauso wie Troy und Esri dann 18750. Und da schreiben die eben auch, dass die empfohlene PvP-Crew von Scopely ist, Spiegel-Picard mit Spiegel-Data und Spiegel-Kira. Das ist also die Crew, wo Scopely sagt, das ist die stärkste PvP-Crew. Also hoffe ich mal, dass ich irgendwie an Spiegel-Kira rankomme, um dann eben auch eine starke PvP-Crew zu haben. Und nachdem ja ganz viel Level 40 Zeug passiert ist in letzter Zeit, haben die jetzt noch einen Offizier eingeführt, der meiner Ansicht nach mit dem Spiegel-Universum nichts zu tun hat. Das erkläre ich gleich noch. Aber der ist speziell für Feinde von Level 35 und niedriger zuständig. Das ist nämlich Lieutenant Picard. Und ich erinnere mich an die Folge Das Herz eines Captains, hieß die, glaube ich, wo Q. Picard zeigt, was gewesen wäre, hätte er sich nicht mit den Nausikanern angelegt und wäre dann nicht abgestochen worden, wo er sein Herz ja verloren hat und weswegen er das künstliche Herz hat. Und da war er so ein langweiliger Lieutenant Picard. Und ich denke mal, das ist der, den sie jetzt hier einführen, ist ja nur für Level 35 und drunter. Da meinen die, können wir einen langweiligen Offizier nehmen. Aber auf jeden Fall schreiben sie auch, dass man den Offizier mit der nächsten Generations-Crew kombinieren soll, um eine gute PvE-Crew, das heißt eine gute Crew gegen Feinde zu haben, für Level 35 und niedriger. Bin auch mal sehr gespannt, wie man an den dann rankommt. Genauso wie mit den anderen seltenen Offizieren, weil drei seltene Offiziere. Und normalerweise schaffe ich es während eines Erzählbogens nie, den seltenen Offizier wirklich zu bekommen, ohne dafür zu bezahlen. Also wird das bei dreien jetzt nochmal sehr interessant werden. Interessant wird es auch mit dem Promocode. Den wird es tatsächlich wieder geben. Da bin ich da mal sehr gespannt, was wir dafür bekommen, denn das sagen sie noch nicht. Und die werden den Promocode auch erst 30 Minuten nach dem Event Reset veröffentlichen. Die letzten Male haben sie den ja früh veröffentlicht, dann aber gesagt, den soll man erst 30 Minuten danach einlösen. Früher geht es nicht. Diesmal halten sie sogar den Code zurück, damit es keiner versucht. Also wir werden sehen, wann der heute Abend veröffentlicht wird und was es dafür gibt, weil auch das haben sie noch nicht veröffentlicht hier. Und dann gibt es natürlich wie immer neue Missionen. Das sieht man ja heute Abend. Aber es gibt auch neue Überholungen. Und die haben jetzt mit etwas Neuem zu tun, dass es in dem Spiel jetzt gibt, was es vorher nicht gab. Das sind Feldreparaturen. Das ist eine neue Fähigkeit und damit kannst du außerhalb des Kampfes, also nicht während du gerade kämpfst, sondern zwischen den Kämpfen sozusagen, deine Höhlenstärke wieder reparieren. Und zwar um 25 Prozent. Das funktioniert so wie die aktive Verteidigung bei der Horizon und solche Geschichte. Das musst du aktivieren. Und du bekommst eine freie Aktivierung im Wellenverteidigungsshop und da kannst du zehn freie Aktivierungen von kriegen. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Das mache ich dann die Woche auch noch mal in einem Video, dass man das noch zeigen kann. Aber du kannst die dann einschalten. Am Anfang hat das eine Cooldown-Zeit von zehn Minuten. Das heißt, wenn du einmal 25 Prozent repariert hast, kannst du das jetzt nicht andauernd machen. Selbst wenn du zehnmal das könntest, musst du dann immer die Zeit abwarten. Du musst zehn Minuten warten, bevor du das wieder kannst. Aber mit dem Schiffslevel geht das runter auf 20 Sekunden. Diese Feldreparaturen könnten sehr interessant sein. Einmal natürlich bei der Gebietsverteidigung. Das nächste Gebiets-Event steht ja schon wieder an. Wir haben ja bald wieder den Gebiets-Reset. Und natürlich auch im Spiegel-Universum, wo du auf keinen Fall willst, dass dein Schiff explodiert, weil dann die ganze Beute weg ist. Also es könnte eine sehr interessante neue Fähigkeit werden. Und dafür gibt es dann eben diese Refits für die Kelvin, die Ketinga, die Veldor, die Northcrat, die Vulture, die Corvus, die Enterprise-D, die Rotaran, die Deridex, die Akira, die Nequa und die Minerva. Woher man die bekommt, haben sie jetzt in der Vorschau nicht geschrieben. Das gucke ich mir dann an, wenn alles im Spiel ist. Zu den Refits, also den Überholungen, mache ich dann auch noch ein Video. Außerdem gibt es zwei neue Projektile. Einmal das isolytische Schadensprojektil und die PvP-Apex-Barrieren-Projektile. Ich gehe mal davon aus, gerade das PvP-Ding wird auf jeden Fall erstmal nur zu kaufen sein. Das machen die normalerweise immer so. Bei dem isolytischen Schaden mal schauen, ob das irgendwo in-game zu finden ist. Aber wahrscheinlich gibt es die beiden erst auch mal nur zu kaufen. Aber auch über die beiden reden wir dann die Tage nochmal. Zusätzlich gibt es dann noch ein paar Avatare und sowas. Also den Killer-Tribble hier finde ich mal wieder ganz witzig. Und es soll neue Rahmen geben und so weiter. Das sehen wir dann auch die nächsten Tage, gerade im Kampfpass. Über den Kampfpass werden wir ja auch schon in den nächsten ein, zwei Tagen nochmal reden, was da so alles drin ist. Aber jetzt sind wir einmal durch den Überblick durchgerauscht sozusagen. Das ist wie gesagt nur für Leute, die keine Lust haben, sowas zu lesen, sondern lieber einmal nebenbei zuhören möchten. Trotzdem möchte ich, bevor das heute Abend ja alles rauskommt, schon einmal von meinen Zuschauern wissen, was hältst du denn davon von allem, was jetzt hier angekündigt ist. Das ist ja nur die Ankündigung. Es hat noch keiner von uns irgendwas live gesehen. Das finde ich halt immer spannend an diesem Mittagsvideo, wenn ich das mache vor dem Erzählbogen, mal die Reaktionen der Zuschauer zu sehen. Und auch deine Meinung interessiert mich sehr. Was sagst du zu dem, was Scoply hier angekündigt hat für heute Abend? Und ansonsten, wenn du ganz allgemein noch Fragen hast oder Video-Wünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du jetzt ein weiteres Video sehen willst, das nächste ist hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.